Wir haben keine Zeit hier für lange Diskussionen. Herzlich Willkommen zurück zu unserer Vorlesung Schuldrecht Römich I, Vertragsschuldverhältnisse. Wir befinden uns immer noch im Kapitel Untergang der Leistungspflichten. Das haben wir am Montag angefangen. Das heißt, wir sind jetzt bei der zweiten Vorlesung aus diesem Teil. Und wir haben heute das Thema Aufrechnung. Aufrechnung ist ein wichtiges Thema. Da müssen Sie genau aufpassen. Wir werden da auch einen Fall zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein Rückblick auf gestern. Das ist nicht so lange her. Da gucken wir mal, ob Sie das noch in Erinnerung haben, was denn gestern so gelaufen ist in dieser Vorlesung. Das ist nicht so lange her. Das ist nicht so lange her. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum stimmt das nicht? Ja. Ja, das auch. Also natürlich, bei einer Rücksichtnahmepflicht geht es meistens um ein Unterlassen. Das heißt, die Rücksichtnahmepflichten würden nicht erlöschten. Aber warum stimmt diese Aussage noch nicht? Ja? Ja. Die Handlung alleine reicht nicht. Es muss auch der Erfolg eingetreten sein. Das heißt, zum Beispiel für 433 muss der Käufer Eigentümer und Besitzer geworden sein. Es reicht nicht, dass der Verkäufer kommt und sagt, hier, willst du das nicht haben? Wenn er sagt, nein, dann kann er noch so sehr tun, was er will. Er kann ihm kein Eigentum verschaffen, ohne dass der andere zustimmt. Dann tritt der Erfolg nicht ein. Es muss der Erfolg eintreten. Es ist ein bisschen wie im Strafrecht. Wenn Sie einen umbringen wollen, der lebt hinterher noch, dann können Sie nicht wegen vollendem Totschlag bestraft werden, sondern nur wegen Versuch. Und genauso hier, der Versuch reicht im Zivilrecht nicht. Es muss auch der Erfolg eingetreten sein. Zweite Aussage. Man kann eine Leistungspflicht gegenüber einem 5-Jährigen erfüllen. Warum ist das problematisch? Ja, denken Sie, weil er geschäftsunfähig ist. Jetzt, warum spielt die Geschäftsfähigkeit hier möglicherweise eine Rolle? Jetzt sagen Sie, gucken wir mal ins Gesetz rein, wenn wir mal in 104 und 105 Absatz 1 reingucken, was die Rechtsfolge, wenn jemand geschäftsunfähig ist. Ja. Ja. Er kann keine Willenserklärung abgeben. Ist das alles? Gucken wir mal genau in den 105 Absatz 1 rein. Jede Willenserklärung ist nichtig. Brauchen wir eine Willenserklärung, wenn ich etwas annehmen muss als Erfüllung? Eine Willenserklärung des Annehmenden, nicht des Leistenden. Kommt es da auf 105 Absatz 1 BGB an? Das kommt darauf an, welcher Meinung man folgt. Welche Meinung sagt denn, dass wir das für eine Willenserklärung des Annehmenden brauchen? Das ist nur eine von den dreien. Die Vertragstheorie sagt, wir brauchen auch eine Willenserklärung des Minderjährigen, der es annimmt. Wir brauchen also nicht nur eine Willenserklärung des Leistenden, sondern auch eine Willenserklärung des Annehmenden. Gut. Jetzt wissen Sie, es gibt aber noch zwei andere Theorien. Geht nach den beiden anderen Theorien es völlig unproblematisch, dass ein Minderjähriger eine Leistung annimmt und dadurch ihr Vertrag erfüllt wird? Da hilft uns der 105 ja nichts. Ja. Genauso ist es. Nach der herrschenden Meinung, sogenannte reale Leistungsbewirkung, reicht es allein, dass tatsächlich erfüllt wird. Da brauchen wir also keinen Vertrag. Die andere Theorie, wer heißt die dritte Theorie? Ja? Ich weiß nicht die Namen, aber nach der dritte Theorie hat man nur eine Willenserklärung, die hier mit allen Teilen beitragen werden. Das ist eine Annahme, weil es dann ein Flugwerk der Geschäftsmodelle, wenn er auch die Willenserklärung erst anknimmt und trotzdem der Gehörde, der der Vertreter zugeht. Ja. Können wir das Unternehmen auch darüber über 131 beitragen? So ist es. Also nach 131 BGB kann ich gegenüber einem Geschäftsunfähigen auch keine Willenserklärung abgeben. Es gibt keinen Zugang gegenüber einem Geschäftsunfähigen. Ich muss die Willenserklärung dann gegenüber seinen gesetzlichen Vertretern abgeben. Das heißt, auch nach der finalen Leistungsbewirkung muss ich irgendwie die Eltern einschalten. Und damit bleibt nur auch die dritte Theorie, die Herrschende meint, wie gesagt, reale Leistungsbewirkung, das kommt also nur auf tatsächlich an, auf die Realität, kann ich denn dann zumindest gegenüber einem Minderjährigen erfüllen? Kann ich nach der Herrschenden Meinung einem Fünfjährigen Geld in die Hand drücken, Hunde in die Hand drücken, die ich ihm verkauft habe? Was ist das Problem, wenn das gehen würde? Stellen Sie sich vor, Mama und Papa entschließen sich, für ihr Kind einen Hund anzuschaffen. Und dieser Hund heißt Wauzi. Und sie haben im Namen des Kindes einen Vertrag mit dem Verkäufer geschlossen und haben gesagt, hier, unser Fünfjähriger Max kriegt einen Hund namens Wauzi. Und haben auch schon 500 Euro gezahlt. Und der Hundezüchter sagt, ja, den Hund können Sie dann in drei Wochen abholen. Der soll schon Ihrer sein, aber ich verwahre ihn jetzt drei Wochen lang für Sie auf. Und nach drei Wochen kommt der Fünfjährige Max stolz zur Hundezüchter und sagt, wir Hund haben. Und dann sagt der Hundezüchter, bitte sehr, da hast du den Hund. Und jetzt nimmt Max den Hund und auf dem Weg nach Hause zischt der Hund weg und der Hund kommt nie zu Hause an, sondern verschwindet und wird zu einem Streuner und frisst nur noch Müll und es geht ihm schlecht. Warum ist das so? Weil Fünfjährige üblicherweise noch nicht die Verantwortungsfähigkeit haben, auf einen Hund alleine aufzupassen und man deshalb normalerweise einem Fünfjährigen auch nicht alleine einen Hund in die Hand drückt und sagt, viel Spaß damit. Deshalb sagt die herrschende Meinung, Kinder sind grundsätzlich zwar Gläubiger, aber sie sind nicht empfangszuständig. Empfangszuständig soll sowas bedeuten wie, ich bin nicht der richtige Empfänger innerhalb meines Rechtskreises. Dahinter steht die Überlegung, das Kind ist zwar hinterher sozusagen derjenige, den der Hund kriegen soll, aber es soll nicht allein den Hund annehmen dürfen, weil es nicht verantwortungsfähig genug ist. Dasselbe gilt auch, wenn das Kind zum Beispiel ein Fahrrad kriegen soll oder das Kind soll eine Vase kriegen, dann soll nicht gegenüber dem Kind die Sache übergeben werden, sondern immer gegenüber den Eltern. Ja, weil wir sagen, das Kind ist nicht verantwortungsfähig genug. Das können Sie nicht aus 105 herleiten und auch nicht aus 131, weil wir keine Willenserklärungen haben, aber aus der allgemeinen Idee, Kinder sind verantwortungslos. Die herrschende Meinung sagt aber, dieses Ergebnis gilt nicht uneingeschränkt. Die Eltern können darauf verzichten und können sagen, ausnahmsweise soll man auch gegenüber dem Kind erfüllen dürfen. Praktisch häufiger Fall ist Babysitter. Wenn ich jemanden zum Babysitten schicke, soll das Kind, was babysitten darf, auch das Geld dafür entgegennehmen dürfen. Das soll nicht erst an die Mutter geben. Praktisch anderer Fall, den ich gestern erklärt habe, ist, wenn ich dem Kind Geld gebe, damit er sich was zu essen oder zu trinken holt, soll es auch die Gegenleistung bekommen dürfen, denn sonst ist dieser Vertrag relativ wertlos. Es macht keinen Sinn, dass ich dem Kind 5 Euro gebe, um sich in der Mittagspause irgendwas Leckeres zu holen und dann das Kind dafür nichts kriegt, sondern erst ich, wenn ich abends mein Kind abholen komme. Also merken Sie sich, nach der Vertragstheorie kann das Kind schon gar keine Annahmeerklärung abgeben. Das heißt, nach 105 unmittelbar ist das Kind zur Erfüllung nicht in der Lage. Nach der Theorie der finalen Leistungsbewirkung muss das Kind die Willenserklärung des Leistenden annehmen. Das kann es nicht, weil der Zugang nach 131 BGB ausgeschlossen ist. Und nach der herrschenden, der realen Leistungsbewirkung sagen wir, das Kind ist nicht der richtige Empfänger, es ist nicht empfangszuständig, sondern ich muss das Geld oder die andere Leistung an die Eltern geben, sofern nicht aus den Umständen oder ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Also eine Erklärung, das andere Zugang und die dritten irgendwie Zuständigkeit. Ja, damit sind wir auch schon bei dieser Aussage. Die Erfüllung ist nach herrschender Meinung ein dritter Vertrag. Das ist nicht der Fall. Die Erfüllung ist nach herrschender Meinung ein reiner Realakt. Wenn Sie also einen Arbeitsvertrag schließen und arbeiten gehen, müssen Sie nicht jedes Mal sagen, ich bin hier, um zu arbeiten. Es reicht, wenn Sie einfach arbeiten. Wenn Sie etwas kaufen, müssen Sie nicht sagen, ich gebe Ihnen das Geld jetzt, um den Kaufvertrag zu erfüllen. Es reicht, wenn Sie ihm das Geld geben als Käufer. Reiner Realakt. Es reicht, wenn der Erfolg eintritt. Letzter Punkt. Mit der Erfüllung erlicht die betreffende Leistungspflicht. Ja, wo steht das? Ja. 362 Absatz 1. Da steht, das Schuldverhältnis erlicht. Gemeint ist aber, die Leistungspflicht erlicht. Das heißt, Sie müssen Schuldverhältnis durch Leistungspflicht ersetzen. Gut, gucken wir weiter. Wir haben auch noch über ein paar andere Paragraphen gesprochen. Insbesondere über die, die danach kommen. Nach 362. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, für die Schenkung. Warum müssen wir §365 für die Schenkung teleologisch reduzieren? Ja? Ja, also der Gesetzgeber hat den Schenker ausdrücklich privilegiert und hat gesagt, der Schenker haftet nur, wenn er arglistig handelt. Im Kaufrecht würde er aber verschuldensunabhängig sogar auf Nachbesserung oder Nachlieferung haften. Das heißt, er würde deutlich schlechter gestellt. Es kann aber aus Sicht des Gläubigers keine Rolle spielen, ob er Gegenstand A oder B geschenkt kriegt. Deshalb ist der Gläubiger, der Beschenkte, nicht schutzwürdig. Also dürfen wir diese Regelung auf die Schenkung nicht anwenden. Das gilt entsprechend dann auch bei der Leihe, wo ebenfalls der Verleiher geschützt ist, und bei der unentgeltlichen Verwahrung. Immer dann, wenn jemand was macht und da kein Geld für kriegt und es kein Auftrag ist, kann es nicht sein, dass er schlechter steht, als wenn er das getan hätte, was er tun sollte. Beim Auftrag haben wir keine Privilegierung. Ja, bei Zahlung an der Supermarktkasse mit bloßer Unterschrift liegt eine Annahme an Erfüllung statt vor. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt zwei Verfahren an der Kasse, nämlich einmal das mit der PIN-Nummer und einmal das mit der Unterschrift. Und warum gibt es da einen Unterschied aus Sicht des Supermarkts? Warum lassen Sie sich nicht immer mit PIN-Nummer machen? Ja, bei dem Fall des PINs ist quasi die Erfüllung sofort, weil die überweilende Vorschläge nicht die Abfrage der PINs. Und bei dem Unterschrift ist die Erfüllung noch nicht vollendet. Also es ist noch keine Erfüllung zustande gekommen, weil die Unterschrift nur gewährleistet ist, dass er das möglicherweise eben die Bank entfüllt, wenn es eben ein PIN-Nummer ist. Genau so ist es. Das wäre der Teil von drei, also nicht genau, aber es wird nur noch angemeldet. Das kann nicht Erfüllung statt, sondern haben die Unterschrift nur gewährleistet. Ja, also wenn Sie die PIN-Nummer eingeben, wird in der Sekunde eine digitale Verbindung zur Bank aufgebaut. Die Bank guckt, ob Sie genug auf Ihrem Konto haben und überweist direkt das Geld von Ihrem Konto auf das Konto des Verkäufers. Das heißt, in dem Moment, wo Sie mit Karte und PIN-Nummer bezahlen, ist das Geld sofort weg und der hat seine Leistung bekommen. Der will also nicht mehr von Ihnen, der hat schon alles gekriegt, was er jemals zu kriegen hat. Bei dem Verfahren mit der Unterschrift haben Sie im Grunde nur unterschrieben, bitte, liebe Bank, zahle doch an den Verkäufer so und so viel Euro. Der Verkäufer hat also noch kein Geld gekriegt, er hat nur ein Versprechen von Ihnen gekriegt, meine Bank wird dir aufgrund meiner Unterschrift Geld zahlen. Nun kann es passieren, dass die Bank das nicht tut, und zwar, weil ihr Konto leer ist zwischenzeitlich. Dann wird die Bank Ihr Versprechen nicht erfüllen und dann haben Sie ein praktisches Problem. Dann sagt der Verkäufer nämlich, ich habe kein Geld bekommen. Und dann darf er natürlich selbstverständlich zu Ihnen kommen und weiterhin von Ihnen Zahlung verlangen. Das heißt, es ist keine Annahme an Erfüllung statt, weil die Annahme an Erfüllung statt führt dazu, dass in dem Moment, wo er es annimmt, er nichts mehr von Ihnen verlangen kann. Er hat sozusagen stattdessen, dass er Geld von Ihnen kriegt, hat er den Anspruch gegen die Bank angenommen. Das wird er aber nicht tun, weil er nicht dumm ist. Er wird sagen, ich verlasse mich darauf, wenn kein Geld da ist, dann komme ich zu dir persönlich und hole mir das Geld direkt bei dir. Und das darf er auch. Das heißt, hier haben wir einen Fall, keine Leistung Erfüllung statt, weil er eben nicht das Ganze als Ersatz annimmt, sondern nur als, wie soll man sagen, Angebot, falls es klappt, Glück gehabt, wenn es nicht klappt, komme ich wieder zu dir. Das nennt man erfüllungshalber. Solange es klappt, bin ich frei. Wenn es nicht klappt, muss ich halt doch noch zahlen. Letzter Punkt. Die Inzahlungnahme eines gebrauchten Pkw in Anrechnung auf den Kauf eines neuen Autos ist in der Regel ein Fall von 364 Absatz 1 BGB. Wie nennt man diese Konstellation mit der Inzahlungnahme eines Pkw in Anrechnung auf den Kaufpreis? In Zahlungnahme oder, wie haben wir das genannt, eine Ersetzungsbefugnis. Wovon haben wir die Ersetzungsbefugnis abgegrenzt letzte Woche? Von der Wahlschuld. Und wo ist der Unterschied zwischen der Wahlschuld und der Ersetzungsbefugnis? Gibt es da einen Unterschied? Bei der Ersetzungsbefugnis schuldet man nur eine Leistung und kann sich etwas anderes ersetzen. Bei der Wahlschuld gibt es irgendwann am Anfang zwei oder mehrere Leistungen und werden konservisiert, dass die Ersetzungsbefugnis auch eine Leistung zu bekommen. Untergesprochen. Ja, also in der Tat. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein einfaches Beispiel, damit das deutlich wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Opa und der Opa hat zwei Milchkühe. Und die Milchkühe heißen Wilma und Erna. Und Ihr Opa sagt, du kommst mit den Kühen immer so gut zurecht und du sollst eine der beiden Kühe kriegen. Welche überlege ich mir noch? Aber es steht fest, Sie kriegen eine der beiden Kühe und Sie zahlen dafür auch schon 100 Euro. Das habe ich gelernt bei der Law Clinic, so viel zahlt man für eine Kuh. Also Sie zahlen 100 Euro und Ihr Opa sagt, dafür kriegst du eine der beiden Kühe, ich überlege mir noch welche. Und jetzt steht der Opa im Stall, guckt sich die Kühe an und sagt, die ist hübsch und die ist nett. Und auf einmal kommt ein Blitz und die eine Kuh wird frittiert. Was ist die Rechtsfolge in diesem Fall? Was passiert? Ja, er muss Ihnen die andere Kuh geben. Das heißt, wenn Wilma frittiert ist, kriegen Sie die Kuh Erna. Er kann nicht sagen, Sie kriegen nichts, Sie kriegen auf jeden Fall dann die andere Kuh. Jetzt zu dem Fall mit der Ersetzungsbefugnis. Wenn Ihr Opa gesagt hat, Du und Erna, ihr kommt so gut miteinander klar, Du kriegst auf jeden Fall die Kuh Erna, außer ich stelle fest, dass die gerade schwanger ist und ein Kalbchen kriegt, dann kriegst du die Kuh Wilma. Wenn jetzt in diesem Fall die eine Kuh vom Blitz getroffen wird, nämlich die Kuh Erna, die Sie kriegen sollen, dann kriegen Sie gar nichts. Weil die Bedingung, dass die Kuh schwanger ist, ist nicht eingetreten und er hat gesagt, ich schulde dir nur die eine Kuh. Das heißt, er hätte sie ersetzen dürfen, er muss sie aber nicht ersetzen. Das heißt, bei der Ersetzungsbefugnis kriegen Sie gar nichts, wenn die Hauptschuld weg ist. Bei der Wahlschuld kriegen Sie immer das jeweils übrigbleibende. Und was der Unterschied ist, hängt davon ab, die ist Auslegen. Sie müssen also gucken, hat er eine Wahlschuld erklärt, hat er gesagt, ich lasse es komplett offen, oder hat er gesagt, das ist die Hauptroute, ich behalte mir aber vor, nochmal mich anders zu entscheiden. Wenn er sich nur vorbehält, sich nochmal anders zu entscheiden, ist es eine Ersetzungsbefugnis. Wenn er es komplett offen gelassen hat, ist es eine Wahlschuld. Ja, warum hat diese Ersetzungsbefugnis jetzt was mit 364 Absatz 1 BGB zu tun? Wo ist da der Zusammenhang? Ja? Ja? Ja, 64 Absatz 1 sagt er, wenn er was anderes annimmt, dann ist das Schuldverhältnis, das heißt, er soll das Auto übertragen. Wenn er das Auto annimmt oder die Fu annimmt, kann er sich doch was anderes dafür jetzt verlangen. Oder beim Auto kann er sich doch irgendwie den vollen Preis verlangen. So ist es. Also, das heißt, beim Auto nimmt er statt Bargeld einen Gebrauchtwagen an. Und er darf dann für diesen Gebrauchtwagen kein Geld mehr verlangen, er muss also den Wert des Gebrauchtwagens auf den Kaufpreis anrechnen. Bei der Ersetzungsbefugnis ist die entscheidende Pointe, dass man schon bei Abschluss des Vertrages vereinbart, dass er es annehmen muss. Das heißt, wenn es ihm angeboten wird, muss er den Gebrauchtwagen annehmen, er kann nicht sagen, ich will doch alles in Bar. Bei der normalen 364-1-Konstellation kommt der Schuldner überraschend und sagt, ich habe gerade kein Geld, aber ich habe für dich hier eine Kuh. Willst du nicht die Kuh statt Geld haben? Und dann sagen sie ja oder nein. Hier vereinbaren sich schon bei Vertragsschluss, wenn ich mal mit meinem Gebrauchtwagen vorbeikomme, musst du den annehmen in Anrechnung auf den Kaufpreis. Wenn ich nicht mit meinem Gebrauchtwagen vorbeikomme, dann zahle ich den Kaufpreis komplett. So, das zur Wiederholung. Wir befinden uns im zweiten Teil. Gestern haben wir gemacht Erfüllung und 364. Heute machen wir die Aufrechnung und den Annahmeverzug. Und nächste Woche Montag bin ich nicht da, deshalb fällt es nächste Woche aus. Und wir machen erst nächste Woche Dienstag mit der Unmöglichkeit weiter. Das heißt aber nicht, dass Sie frei haben, denn ich habe für Sie zwei Sachen vorbereitet. Sie können im Internet, in eCampus, einen Online-Test machen, der aus 35 Fragen besteht und gucken, ob Sie alles, was wir bisher gemacht haben, verstanden haben. Und außerdem gibt es zwei kurze Videos von jeweils zehn Minuten zu dem Thema, was wir jetzt gerade gemacht haben. Das können Sie sich dann alles angucken und den Test machen und dann können Sie ganz entspannt sagen, dass Sie eh schon alles wissen, was Sie wissen wollen. So, wir fangen an mit dem, was ich gestern nicht mehr geschafft habe, mit dem Annahmeverzug. Annahmeverzug knüpft da an, was ich ganz am Anfang in der ersten Frage gesagt habe. Der Annahmeverzug knüpft an die Leistungshandlung des Schuldners an. Oder wie der Strafrechter sagen würde, an den Versuch. Erfüllung, haben wir eben gesehen, setzt immer erst beim Erfolg an. Der Annahmeverzug führt nicht zum Untergang der Leistungspflicht und er führt insbesondere nicht zur Erfüllung. Aber wir haben den Annahmeverzug schon an mehreren Stellen gesehen. Wir haben 300 Absatz 2 gesehen im Zusammenhang mit der Geldschuld. Sie erinnern sich düster, das waren diese Fälle, wo jemand mit einem Koffer rumgelaufen ist und der Koffer wurde gestohlen. Da haben wir 300 Absatz 2 uns angeguckt, wo drin steht, die Gefahr geht über, sobald man im Annahmeverzug ist. Wir werden nächsten Dienstag noch eine weitere Regelung sehen, nämlich 326 Absatz 2 Satz 1. Und der sagt, wenn ich im Annahmeverzug bin und der andere kann nicht mehr leisten, muss ich trotzdem bezahlen. Das heißt, ich bekomme nichts mehr, muss aber trotzdem dafür zahlen. Das sagt 326 Absatz 2 Satz 1. Und die letzte Regelung ist, wenn jemand sagt, ich muss nicht leisten, bis du geleistet hast, kann er die Leistung nicht mehr verweigern, in dem Moment, wo ich ihm meine angeboten habe. Das ist ja ziemlich offensichtlich, wenn der eine sagt, Zug um Zug, und ich sage, ja, hier hast du doch meine Leistung, und er sagt, nee, die nehme ich aber nicht, dann kann er nicht sagen, ha, jetzt bin ich entschuldigt. Gut, das ist noch einfach. Sie müssen sich im Wesentlichen zwei Paragrafen merken. Der Großteil der anderen Paragrafen ist nicht so wichtig. Der erste Paragraf ist 293 BGB, der sagt ganz einfach, der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. Das ist relativ einfach formuliert. Wenn er das, was er kriegen kann, nicht annimmt, ist er selber schuld. Die zweite wichtige Norm ist Paragraf 300. 300 bestimmt die Rechtsfolge des Ganzen, und Absatz 1 sagt, er hat während des Verzugs nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Das heißt, der muss nicht mehr so vorsichtig sein wie vorher, sondern er muss nur noch grobe Fahrlässigkeit vertreten, der Schuldner. Warum? Wer es nicht annimmt, ist selber schuld, der kann nicht damit rechnen, dass noch vorsichtig mit den Sachen, die er kriegen soll, umgegangen wird. Das ist der Sinn von 300 Absatz 1. 300 Absatz 2 haben wir schon gesehen, Sie erinnern sich, das waren diese Fälle mit dem Geldkoffer. Da steht drin, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt über, in welchem er die Sache nicht annimmt. Das heißt, wir behandeln ihn so, als hätte er diese Sache angenommen. Das heißt, wir haben hier eine Konkretisierung. Wenn die Sache danach zerstört wird, ist das sein Problem. Wenn die Sache beschädigt wird, ist das sein Problem. Er wird so behandelt, als hätte er die Sache angenommen und alles, was danach passiert, ist seine Gefahr. Das meint das Wort Gefahr. Gefahr, dass es schlechter wird, dass es verloren geht, dass es zerstört wird, gestohlen wird, was auch immer Sie sich vorstellen können. Diese Gefahr trägt der Gläubiger in dem Moment, wo er die Sache nicht annimmt. Um Ihnen das zu illustrieren, habe ich Ihnen diesen Fall hier mitgebracht. Der K hat bei V eine antike Kommode erworben. Es ist vereinbart, dass V dem K die Kommode persönlich zu dessen Wohnung transportiert. Am vereinbarten Termin hat sich K jedoch verquatscht und ist noch bei seiner Freundin. Wutentbrannt fährt V, der extra hierfür einen Transporter gemietet hat, wieder zurück. Auf dem Rückweg wird er vom betrunkenen B, der mit überhöhter Geschwindigkeit ein Shopstill überfahren hat, angefahren. V trifft am Unfall keine Schuld. Beim Unfall wird die Kommode restlos zerstört. Man könnte sagen, sie explodiert. Die haben nur noch Holzsplitter. Jetzt unsere Frage. Hat V gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises von 500 Euro aus 433 Absatz 2 BGB? Und die Antwort darauf lautet, vielleicht. Nein. Die Antwort darauf lautet, V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises von 500 Euro aus 433 Absatz 2 BGB haben. Was müsste dafür der Fall sein? Ist erstmal nicht schwierig, am Anfang. der Anspruch ist erst mal geschlossen worden. Ja. K und V haben einen Kaufvertrag geschlossen. Ja. Also einfach nicht sein. Ja. In der Tat, der Anspruch ist entstanden, indem K und V einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen haben. Nach 433 Absatz 2 muss der Käufer halt den Kaufpreis bezahlen. Gut. aber der Anspruch könnte untergegangen sein. Und jetzt die Frage, warum könnte er denn untergegangen sein, fragen Sie sich. Und die Antwort finden Sie im BGB in Paragraf 326 Absatz 1 Satz 1 BGB. BGB in Paragraf 326 Ja. Gucken wir da mal rein. Was setzt dieser 326 Absatz 1 Satz 1 BGB denn voraus? Ja. Ja. Dass der Schuldner nach Paragraf 275 Absatz 1 bis 3 nicht zu leisten muss, erbraucht. Wer ist denn hier als Schuldner gemeint? Wen meint das Gesetz, wenn es in § 236 Absatz 1 von Schuldner spricht? Es gibt ja zwei Schuldner. Nämlich der Käufer schuldet den Kaufpreis, der Verkäufer schuldet Übergabe und Übereignung. Welcher Schuldner ist da gemeint? Ich hätte jetzt gesagt, dass es in der Kaufpreis ist. Ja. Ja. Weil V der Leistung braucht die Möglichkeit und deshalb entfällt sein Anspruch oder Urheber so ist es. Also gemeint muss hier der V sein, denn die Leistung des V ist ja diejenige, die unmöglich geworden ist. Die Kommode ist zerstört, damit kann V nicht mehr Übergebung übereignen und damit ist die Pflicht des V möglicherweise untergegangen nach 275 Absatz 1 BGB wo drinsteht ist die Leistung für den Schuldner unmöglich, so muss er nicht mehr leisten. Gut. Das heißt die Voraussetzung dass der Schuldner nicht leisten muss nach 275 Absatz 1 ist hier gegeben. Dann sagt 326 Absatz 1 Satz 1 was ist die Rechtsfolge? Was kommt dann da raus wenn der Schuldner nicht leisten muss? Ja dann entfällt auch der Anspruch auf die Zahlung des Kaufpreises. Wenn ich nichts tun muss, muss der andere auch nichts mehr tun. Das sagt 326 Absatz 1 Satz 1 BGB Aber damit ist der Fall natürlich nicht zu Ende denn wenn wir einen Absatz weiter gucken 326 Absatz 2 Satz 1 gibt es davon Ausnahmen nämlich welche Ausnahmen gibt es da? Genau zwei Ja 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 Also die erste Variante ist, dass der Gläubiger allein oder weit überwiegend dafür verantwortlich ist. Wer ist jetzt hier mit der Gläubiger gemeint? klarzustellen Wer müsste allein oder weit überwiegend verantwortlich sein? Ja Der K Ist der K hier allein oder weit überwiegend dafür verantwortlich, dass die Kommode zerstört worden ist? Nein Wer ist dafür verantwortlich, dass die Kommode zerstört worden ist? Ja Der dazu müssen wir wo gucken ob wir Gläubiger Verzug haben? Ja In der Tat wir gucken in 293 293 sagt uns Annahmeverzug liegt dann vor wenn der Gläubiger die ihm Angeboteleistung nicht angenommen hat Wenn wir jetzt einen Paragrafen weiter gucken von 293 kommt dann 294 und 294 sagt uns wie das Angebot zu erfolgen erfolgen hat nämlich wie hat das Angebot zu erfolgen Ja Die Leistung muss so angeboten sein wie sie zu bewirken ist Was soll das denn bitte schön bedeuten? Was meinen Sie worauf bezieht sich das? Ja Es bezieht sich auf Paragraf 266 das heißt vollständig aber auf welche anderen Paragrafen bezieht sich das noch die wir auch schon alle besprochen haben Ja So ist es Also es bezieht sich wieder auf das was wir auch schon bei der Erfüllung hatten auf das wer wie wo und wann das heißt im Rahmen von 294 prüfen Sie war es die richtige Person die hier angeboten hat war es zur richtigen Zeit war es am richtigen Ort war es im richtigen Umfang war es mit den richtigen Zinsen oder was auch immer all das prüfen Sie jetzt hier unter 294 und wenn Sie das auf diesen Fall hier anwenden was würden Sie sagen hat er als richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort im richtigen Umfang die Leistung angeboten Ja es ist völlig unproblematisch es war hier vereinbart in der Wohnung zu einem bestimmten Termin und hat alles getan was er tun musste trotzdem nicht geklappt das heißt hier 294 liegt vor es gibt noch eine andere Variante die Sie begründen könnten Sie könnten nämlich auch sagen hier liegt ein Fall von 296 vor wir müssen eine Annahmehandlung haben es ist ein Termin vereinbart da war nicht da dann reicht das auch Ergebnis es liegt hier Annahmeverzug vor reicht uns das für unseren 326 Absatz 2 Satz 1 zweite Variante gucken wir nochmal in diesen 326 Absatz 2 Satz 1 zweite Variante der Schuldner darf den Untergang nicht zu vertreten haben wo steht was er zu vertreten hat ja 276 Absatz 1 da steht drin er hat Vorsatz oder Fahrlässigkeit zu vertreten soweit nicht etwas anderes bestimmt ist wo ist möglicherweise etwas anderes bestimmt in 300 Absatz 1 wo nämlich drin steht er hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten also ist die Frage hat hier der V vorsätzlich oder grob Fahrlässigkeit Untergang der Kommode verursacht und was sagen Sie dazu nein hat er nicht denn es war aussieht sich der B Schuld das heißt auch diese Voraussetzung liegt vor was ist dann die Rechtsfolge von 326 Absatz 2 Satz 1 genau der Anspruch auf die Gegenleistung besteht weiterhin also ist er nicht unter gegangen also kann er weiterhin Zahlung verlangen nein können sie nicht nein können sie nicht weil die Gefahrtragungsregelung aus dem Kaufrecht beziehen sich hier konkret nur auf Sachmängel das heißt ist gar kein Gefahrübergang in dem Sinne relevant wir sind ja nicht bei 437 wir sind ja hier ausschließlich im Vorfeld der Erfüllung im Vorfeld der Übergabe und da brauchen wir den 446 Satz 2 nicht wir können hier unmittelbar auf den 326 übergehen ja ich habe Ihnen schon gesagt das war der 294 294 ist relativ unproblematisch wie Sie sehen 294 prüfen Sie dasselbe wie bei Erfüllung und Sie denken sich hinzu dass der andere einfach angenommen hätte also unterstellt der andere hätte es angenommen wäre dann erfüllt worden dann haben sie 294 es gibt in 295 eine weitere Regel und diese Regel sagt es reicht wenn ich den Gläubiger informiere wenn ich ohnehin eine Mitwirkung brauche der einfachste Fall davon ist die Hohlschuld wenn er die Sache bei mir abholen muss kann ich ja nicht mehr tun als zu sagen jetzt komm aber auch ich muss ja nicht vorbeibringen das heißt ein vernünftiges Angebot kann ich gar nicht machen es gibt aber auch andere Fälle stellen Sie sich vor Sie gehen zum Schneider und kaufen sich nicht so einen billigen Anzug wie ich sondern Sie lassen sich Ihren Anzug maßschneidern dann müssen Sie praktischerweise da hinkommen und dann kommt dieser Mann und wickelt Sie mit tausend Maßbändern um das ist total unangenehm kann ich Ihnen sagen müssen wir so stehen und so stehen und dann wird hier alles ausgemessen wenn Sie aber gar nicht hingehen zum Ausmessen des Maßanzuges kann der Schneider Ihnen auch keinen Anzug herstellen das heißt mehr als Sie aufzufordern komm mal vorbei damit ich die Messungen durchführen kann kann der Schneider nicht tun und deshalb greift hier 295 er kann nicht zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort leisten weil das ja von Ihnen abhängt Sie müssen da hinkommen um sich ausmessen zu lassen genauso wenn Sie einen Termin beim Friseur haben beim Friseur macht es keinen Sinn dass der versucht Ihnen die Leistung zu erbringen Sie sind ja nicht da wenn Sie nicht zum Friseur hingehen kann er nichts für Sie tun Sie müssen hinkommen einverstanden der Friseurfall hat aber eine weitere Besonderheit die wenigsten Fälle sind so dass der Friseur Sie anruft und sagt ich habe gerade Zeit für Sie wollen Sie jetzt nicht Haare geschnitten haben stattdessen ist der Normalfall dass Sie einen Termin vereinbart haben und dann sagt 296 wenn ein Termin für die Leistung vereinbart ist und eine Mitwirkungshandlung erforderlich ist reicht es wenn Sie den Termin verpassen Sie hätten dann und dann da sein müssen haben Termin verpasst selber schuld ab dem Moment sind Sie im Verzug der Annahme wenn Sie in 296 lesen dann steht da eine weitere Gestaltung nämlich wenn Sie einen Termin haben und anhand des Termins die Sache berechnet wird zum Beispiel drei Tage nach dem Tod meiner Oma soll das und das passieren dann ist auch da der Termin bestimmt wir müssen nur warten bis die Oma tot ist Sie sehen also das BGB hat da eine sehr saubere Differenzierung Variante 1 der Schuldner kann was tun dann muss er es auch tun zweite Variante der Schuldner kann nichts tun weil er auf den Gläubiger angewiesen ist der entweder die Sache abholen muss oder der Gläubiger muss mitwirken indem er sich halt ausmessen lässt indem er irgendwelche Pläne vorlegt indem er vor Ort ist um sich die Haare schneiden zu lassen dann reicht es den Gläubiger aufzufordern jetzt komm mal vorbei und davon wieder die Ausnahme ich muss keinen auffordern wenn es einen Termin gibt ich muss auch keinen an Termine erinnern wenn Sie einen Termin haben und den Termin verpassen sind Sie in Deutschland selber schuld ja merken Sie sich Termine sind wichtig gut 298 BGB ist eine Norm die ganz oft in Klausuren übersehen wird die sagt aber eigentlich was ziemlich offensichtlich ist die sagt nämlich wir haben im Kaufvertrag gegen überstehende Pflichten die im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen der Käufer muss bezahlen der Verkäufer muss übergeben und übereignen ja Sie sehen Käufer Verkäufer Verkäufer Käufer und 320 BGB den wir schon mal geguckt haben sagt ich kann das Ganze nur Zug um Zug verlangen das bedeutet der Verkäufer muss erst übergeben und übereignen wenn der Käufer mit dem Geld dasteht und umgekehrt muss der Käufer erst bezahlen wenn der Verkäufer mit der Sache dasteht das sagt uns 320 BGB und der 298 BGB sagt nun folgendes wenn der Verkäufer mit der Ware kommt und der Käufer ist nicht bereit ihm Geld dafür zu geben dann darf der Verkäufer wieder zurückfahren und muss nicht übergeben und übereignen und in dem Moment wo der Käufer nicht bereit ist zu zahlen gerät er in Annahmeverzug das heißt er wird so behandelt als hätte er angenommen Sie haben das gesehen 300 Absatz 1 300 Absatz 2 die Folge trifft ihn in dem Moment wo er nicht bereit ist zu zahlen weil er hätte zahlen müssen Zug um Zug dasselbe ist auch umgekehrt wenn der Käufer mit dem Geld kommt in Bar und der Verkäufer sagt hier ist deine Sache dann trägt der Verkäufer das Risiko wenn er die Sache nicht übergeben und übereignen will dass der Käufer auf dem Nachhauseweg überfallen wird und danach die Sache kriegt ohne dass der Verkäufer Geld bekommt ich muss also immer auch meine Gegenleistung bereithalten sonst gerate ich in gläubiger Verzug weniger spannend sind 297 und 299 297 sagt der Annahmeverzug ist ausgeschlossen wenn der Schuldner gar nicht leisten kann ja es kann ja sein der Friseur ruft sie an und sagt ich habe jetzt gerade Zeit für sie und dann kommen sie da hin und hat er doch jemand anderen da dann sagt 297 wenn ein anderer Kunde da ist geraten sie nicht in Annahmeverzug weil er könnte ja ohnehin nicht leisten das heißt wenn er sie nur belügt dann kann er natürlich keinen Vorteil erlangen nur weil sie nicht gekommen sind 299 BGB sagt es kann sein dass auf einmal bei ihnen der Lieferant vor der Tür steht sagen wir mit ihrem großen Klavier was sie bestellt haben und sie sind zufällig nicht da weil sie in der Uni im Hörsaal sitzen dann sagt 299 kommen sie nur dann in Verzug in Annahmeverzug wenn sie vereinbart haben dass er genau an dem Tag zu der Zeit kommt sie müssen nicht 24 Stunden sieben Tage bereitstehen umso wahr ob ein Klavier kommt das erwartet keiner von ihnen man muss sie entweder vorher informieren oder man muss einen Termin bestimmen ansonsten wenn jemand einfach so vorbeikommt kann er nicht erwarten sie anzutreffen das regelt 299 sagen sie es selbstverständlich entscheidend ist dass sie das im Gesetz finden können alles andere was sie da finden in den Regeln zum Annahmeverzug ist völlig Klausur irrelevant ich sage es jetzt nur falls sie irgendwann mal in ihrem Leben auf diese Normen stoßen werden 301 sagt wenn sie Zinsen zahlen mussten zum Beispiel weil sie im Verzug waren dann entfällt die Verzinsungspflicht sie müssen keine Zinsen mehr zahlen wenn der andere ihr Geld nicht haben will 302 sagt wenn sie verpflichtet sind Nutzungen herauszugeben zum Beispiel im Rücktrittsrecht was wir noch machen werden dann entfällt diese Pflicht in dem Moment wo der die Sache nicht zurück haben will dann wenn sie ein Grundstück verkauft haben dann müssen sie grundsätzlich dieses Grundstück vor Vandalen und Hausbesetzern schützen aber wenn der nicht ihr Grundstück haben will dann können sie auch einfach rausgehen und sagen dann guck doch was du willst nicht mein Problem sie müssen es nicht mehr übergeben wenn das nicht annimmt lassen sie es einfach frei stehen und 304 den haben wir uns am Anfang schon mal in der allerersten Vorlesung angesehen 304 sagt uns Lagerkosten wenn sie die Sache haben es ist ein Tiger dann müssen sie diesen Tiger vielleicht in den Käfig sperren und füttern und das Geld was sie dafür ausgeben das kriegen sie ersetzt das sind die Folgen des Annahmeverzuges nochmal der führt nicht zum Untergang der Leistungspflicht aber er führt zum Übergang der Leistungsgefahr das heißt zu der Gefahr dass man bezahlen muss obwohl man nichts kriegt oder dass der Verkäufer keine Ersatzsache mehr beschaffen muss das war nicht schwierig jetzt kommen wir zur Aufrechnung bevor wir die Aufrechnung machen muss ich Ihnen so ein paar Grundlagen erklären und zwar stellen Sie sich folgende Konstellation vor die ich hier in diesem tollen Bild dargestellt habe es gibt den A und der A schuldet dem B Übergabe einer Sache aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB das Besondere unseres Falles ist allerdings dass B diese Sache vorher gemietet hat und die Sache erstmal an A zurückgeben muss damit A ihm die Sache übergeben kann stellen Sie sich also folgenden Fall vor der A hat ein Auto hat es an B vermietet und B gefällt das Auto so gut dass B das Auto kaufen will dann schließen Sie einen Kaufvertrag und dann sagt 433 Absatz 1 Satz 1 BGB muss er die Sache übergeben das kann er aber nicht weil die Sache ja ohnehin schon bei B ist und wenn man das BGB ganz naiv so im ersten Semester anwendet dann muss man sagen der B gibt dem A das Auto raus weil der Mietvertrag beendet ist und dann geht der A hin und gibt dem B wieder das Auto damit der B Besitzer wird das ist natürlich völliger Quatsch stellen Sie sich im schlimmsten Fall vor der A müsste den B vor Gericht verklagen und dann verklagt der B den A vor Gericht das macht überhaupt keinen Sinn und weil das keinen Sinn macht sagt man ist das ein Verstoß gegen Treu und Glauben es ist objektiv treuwidrig wenn der eine was verlangt was er direkt wieder herausgeben muss und das Ganze hat dann die tolle lateinische Bezeichnung dolo agit qui pettit quod statim reditorus est oder wie man in den Klausuren immer liest die dolo agit einrede das heißt wenn jemand was von Ihnen verlangt was er sofort wieder Ihnen zurückgeben müsste können Sie sagen kriegst du nicht behalte dich direkt ja das folgt aus Druh 42 das Ziel dieser ganzen Aktion ist man will unnötiges hin und her schleppen von Sachen verhindern man will unnötigen Zeitaufwand vermeiden die zweite Regelung die Sie auch kennen müssen ist 273 der sagt wenn Sie jemandem etwas schulden der Ihnen auch etwas schuldet und das ist irgendwie im gleichen Lebenssachverhalt sehr weit gefasst dann sagen Sie ich gebe dir was wenn du es mir erst gibst wir tauschen aus ich muss nicht zuerst leisten du musst sich zuerst leisten das heißt das was wir gesehen haben bei Kaufpreis und Kaufsache haben wir hier entsprechend Sie müssen erst dann eine Sache übergeben wenn der Ihnen Geld zahlt das steht immer im Verhältnis erst dann wenn du machst mach ich was das sagt 273 wenn wenn es wenn es keine Möglichkeit zur Aufrechnung im BGB gäbe würde man ganz oft eine Pats Situation haben A schuldet B 100 Euro B schuldet A 100 Euro dann müsste zuerst mal der einen anderen verklagen dann wird der 100 Euro kriegen und dann müssen die 100 Euro wieder zurückgezahlt werden das ist völlig unwirtschaftlich deshalb hat das BGB in 389 eine Regel geschaffen die sagt wenn zwei Leute sich etwas schulden und diese Sachen sind gleichartig dann wird so getan als würde nur die Differenz geschuldet es wird automatisch verrechnet sobald auch nur einer von den beiden sagt ich bestehe auf Verrechnung das Ganze hat zwei bemerkenswerte Punkte die ich Ihnen hier markiert habe der bemerkenswerte Punkt ist zum einen dass da steht gelten als in dem Zeitpunkt erloschen in welchen sie zur Aufrechnung geeignet gegenüber getreten sind das heißt wir haben hier genauso wie bei der Anfechtung eine Rückwirkung das wirkt zurück auf den ersten Zeitpunkt in dem man hätte aufrechnen können es wird also getan es hätte die Aufrechnung schon da erklärt wo ich erstmalig hätte darüber reden dürfen rückwirkend das zweite ist dass die Aufrechnung wunderbar genau im Gesetz geregelt ist alle Voraussetzungen stehen im Gesetz nämlich in 387 das ist ein bisschen wie bei Notwehr eine Notwehrlage liegt vor wenn bestimmte Umstände vorliegen daraus ergibt sich dieses total lange Prüfungsschema das ist aber nicht so dass sie es auswendig lernen müssen das können sie aus dem Gesetz entnehmen wir brauchen zunächst mal eine Aufrechnungslage das heißt wir brauchen zwei Forderungen der Schuldner der einen Forderung ist Gläubiger der anderen Forderung der Gläubiger der anderen Forderung ist Schuldner der einen Forderung genau spiegelbildlich zweitens müssen die Forderungen gleichartig sein gleichartig bedeutet zum Beispiel wenn Sie Ihrem Nachbarn zwei Kilo Mehl schulden und Ihr Nachbar schuldet Ihnen ein Kilo Mehl dann schulden Sie sich gegenseitig Mehl und Mehl und Mehl ist das gleiche also kann man sagen muss nur noch ein Kilo Mehl geleistet werden weil zwei minus eins ist eins ja wenn Sie Ihrem Nachbarn acht Flaschen Cola schulden und er schuldet Ihnen drei Flaschen Cola dann schulden Sie nur noch fünf weil acht minus drei macht fünf das sagt uns gleichartig die meisten Fälle der Gleichartigkeit sind aber nicht Cola Flaschen oder Mehl sondern Geld weil Geld das typische was Leute schulden sich relativ selten Mehl oder Cola Flaschen Aber es ist denkbar Jetzt kommt das entscheidende Sie brauchen eine Aufrechnungserklärung genau wie bei der Anfechtung passiert nichts solange nicht einer spricht wenn niemand was sagt dann müssen Sie in der Tat acht Cola Flaschen liefern und dann können Sie sich drei Flaschen aus dem Kasten wieder rausnehmen und zurückholen das können Sie machen Sie sind nicht gezwungen so aufzurechnen aber sobald einer sagt Aufrechnung ist das Ganze erledigt und dann gibt es eine schwarze Liste könnte man sagen von Aufrechnungsverboten die finden Sie im BGB in 392 93 und 94 Sie können aber auch die Aufrechnung durch Vertrag ausschließen wie gesagt Rechtsfolge ist Erlöschen ex tunc das heißt mit Rückwirkung und die Forderung wird also so behandelt als sei sie nie entstanden Die große Schwierigkeit die ich bei Klausuren immer sehe ist dass die Leute nicht wissen was ist die Hauptforderung und was ist die Gegenforderung Das ist etwas schwierig Das wird beurteilt aus der Perspektive desjenigen der die Aufrechnung erklärt Derjenige der die Aufrechnung erklärt ist derjenige der eine Gegenforderung hat Das ist derjenige die eine Hauptforderung wegkriegen will und dazu habe ich mir jetzt tolle Merksprüche ausgedacht die Sie sich jetzt merken müssen zum Beispiel die Hauptforderung ist diejenige welche der Erklärende weghauen will oder um die es ihm hauptsächlich geht die will er weghauen deshalb Hauptforderung wir können es auch umgekehrt sagen die Gegenforderung ist die Forderung welche der Schuldner gegen seine Inanspruchnahme gelten machen will die Gegenforderung ist seine gute Forderung die für ihn gut ist deshalb Gegenforderung oder noch toller wenn Sie es als Alliteration haben wollen die Aufrechnung erklärt der Gläubiger der Gegenforderung Gläubiger der Gegenforderung und ich wette es macht trotzdem die Hälfte falsch merken Sie sich die Hauptforderung ist die die ich weg haben will die Gegenforderung ist die Forderung die ich dafür verliere wenn das jetzt jemand vergisst dann bin ich ganz enttäuscht Aufrechnungslage ich habe Ihnen schon gesagt setzt voraus der Schuldner der einen Forderung ist Gläubiger der anderen und der Gläubiger der anderen Forderung ist Schuldner der einen es gibt bestimmte Ausnahmen davon dass man sagt es kann auch jemand aufrechnen der nicht Schuldner oder Gläubiger ist eine Ausnahme haben wir schon mal gesehen 268 Absatz 2 man kann aufrechnen als Dritter mit einer Forderung gegen einen Schuldner den man befreien will das haben wir gesehen das müssen Sie aber nicht wissen weil das nicht klausurrelevant ist wir werden noch eine ganze Reihe Sachen sehen im Rahmen der Abtretung denn bei Abtretung ist es so dass Sie aufrechnen können obwohl Ihr Gläubiger wechselt und wir werden noch was im Mietrecht sehen das heißt es gibt da einige Varianten eine Sache müssen Sie unbedingt wissen 362 Absatz 2 BGB den wir uns gestern angesehen haben haben sagt ich kann eine Person leisten die nicht mein Gläubiger ist wenn der das genehmigt hat das gilt nicht für die Aufrechnung Sie können also selbst wenn der Gläubiger sagt rechne doch mit dem auf geht das nicht auch 267 geht hier nicht Sie können nicht aufrechnen und dadurch eine Forderung gegen ihren Gläubiger nichts anderes Sie können immer nur in dem Verhältnis aufrechnen ein Dritter hat damit nichts zu tun Gleichartigkeit wie gesagt ist unproblematisch Mehl gegen Mehl Cola gegen Cola Geld gegen Geld Reis gegen Reis Nudel gegen Nudel alles kein Problem wichtig ist Sie können aufrechnen zum Beispiel Schadensersatz in Geld gegen Kaufpreis in Geld Warum das Geld geschuldet wird spielt überhaupt keine Rolle Sie können aufrechnen Darlehen gegen Kaufpreis Sie können aufrechnen Miete gegen Schenkung ist alles kein Problem spielt keine Rolle warum das geschuldet wird entscheidend ist was rauskommt Geld gegen Geld warum Geld ist egal und last but not least es muss nicht um den gleichen Betrag gehen wenn es eine Schnittmenge gibt dann erlicht die Schnittmenge das heißt anders als bei unserem 266 den wir hatten müssen Sie hier nicht vollständig leisten Sie können teilweise aufrechnen Sie können aufrechnen in Höhe von 100 Euro 5 Euro 1 Euro Teilaufrechnung ist völlig unproblematisch Ja jetzt wird es etwas schwieriger die Gegenforderung die der Aufrechnende gegen den Aufrechnungsgegner hat muss fällig sein das heißt er muss vom anderen die Leistung verlangen können sie muss einredefrei sein das heißt es darf keine Stundungsabreden oder ähnliches geben die Verjährung spielt aber keine Rolle das steht ausdrücklich in Paragraph 215 das gucken wir uns nächste Woche noch näher an Insolvenz ist ähnlich Pflichtfachstoff spielt aber auch keine Rolle und Anfechtbarkeit nach BGBAT spielt auch keine Rolle solange keine Anfechtung erklärt ist allein die Möglichkeit der Anfechtung hindert die Aufrechnung nicht Last but not least die Hauptforderung also die Forderung die der weghauen will da reicht Erfüllbarkeit das heißt er muss schon zahlen dürfen und Insolvenz spielt auch hier keine Rolle Aufrechnungserklärung ganz entspannt heißt einfach nur sie müssen irgendwie zum Ausdruck bringen dass sie Forderungen zum Erlöchten bringen wollen das Wort Aufrechnung muss dabei nicht verwendet werden genauso wie bei der Anfechtung das Wort Anfechtung nicht kommen muss es muss nur klar werden dass sie das wollen es gelten ganz normal die Regeln des BGBAT das heißt sie müssen geschäftsfähig sein sie können sich vertreten lassen es gilt Zugang das können sie alles hier auch bei der Aufrechnungserklärung machen eine Besonderheit ist sie können nicht sagen ich rechne auf unter der Bedingung XY weil die Aufrechnung soll mit Extunkwirkung das Ganze beseitigen das heißt entweder sie rechnen auf oder nicht nicht ich rechne auf wenn oder vielleicht es muss klar zum Ausdruck kommen dass sie aufrechnen die Aufrechnung wirkt nur zwischen denjenigen wo die erklärt wird das ist aber bei Schuldverhältnissen immer so und das war's nein da gibt es noch Aufrechnungsverbote sie können im Vertrag vereinbaren dass sie nicht aufrechnen dürfen das kommt insbesondere in Mietverträgen öfter mal vor ansonsten gibt es diese Regelungen 392 können sie noch nicht verstehen weil es da um ZPO Regelungen geht wenn eine Forderung gefändet ist vom Gericht dann müssen sie diese Forderung schützen dann kann man die durch Aufrechnung beseitigen wenn also jemand 100 Euro schuldet und jemand bei Gericht ordnet an dass diese Forderung gefändet wird dann darf nicht mehr aufgerechnet werden 393 BGB ist die einzige der Ausnahme Vorschriften die für sie klausurrelevant ist da steht nämlich drin sie brauchen eine vorsätzliche Körperverletzung Sachbeschädigung oder ähnliches und wenn daraus ein Schadensanspruch entsteht darf der Schädiger derjenige der Böse nicht aufrechnen der muss zahlen streitig ist gilt das auch wenn beide sich gegenseitig geprügelt haben da gibt es Leute die sagen dann ist er nicht mehr schutzbedürftig dann ist die Sache erledigt 394 habe ich Ihnen gesagt müssen Sie auch nicht kennen da geht es um so Sachen wie Gehaltsfindung Existenzminimum Schutz so soziale Sachen das machen sie alles im Zivilprozessrecht müssen sie nicht interessieren und man sagt es kann ausnahmsweise aus 242 folgen dass sie nicht aufrechnen dürfen wenn dadurch irgendwie jemand in die Existenzvernichtung gefahren wird weil er seine konkreten Schulden nicht zahlen kann dann müssen sie erstmal zahlen und dann von ihm Zahlung verlangen damit das alles nicht so völlig theoretisch bleibt habe ich Ihnen diesen tollen Fall mitgebracht V hat eine Kaufpreisforderung gegen K in Höhe von 10.000 Euro aus Ärger darüber dass K sein gesamtes Vermögen auf seine Frau übertragen hat und V von ihm deshalb keine Zahlung verlangen kann verprügelt der V den K K erlangt einen Anspruch auf Schadengesetz ein angemessenes Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 10.000 Euro aus 823 1 BGB Als V nun erneut Zahlung des Kaufpreises von K verlangt erklärt K die Aufrechnung Hat V gegen K noch einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus 433 2 Was sagen Sie dazu? Ein toller Fall So schwierig ist er jetzt nicht Ja V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 10.000 Euro Kaufpreis aus 433 Absatz 2 BGB haben Das setzt voraus dass zwischen V und K ein wirksamer Kaufvertrag besteht Haben wir da irgendwelche Bedenken? Nein Also ist der Anspruch entstanden Allerdings könnte der Anspruch untergegangen sein Wonach geht so ein Anspruch unter Ja 393 393 steht was mit Untergang Wo steht dass der Anspruch untergeht Wir brauchen eine Norm die sagt der Anspruch Erlicht Ja 389 Wenn Sie da reingucken dann sehen Sie da steht ausdrücklich drin und das ist wichtig die Aufrechnung bewirkt dass die Forderungen sich decken als in dem Zeitpunkt erloschen gelten in welchem Sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind Ja Was sagen Sie denn Was brauchen wir denn jetzt für diesen 389 Was setzt der denn voraus Ja Ja Zunächst mal brauchen wir eine Aufrechnungserklärung nach 388 BGB Haben wir hier eine Aufrechnungserklärung Was sagen Sie dazu Wer hat hier die Aufrechnung erklärt Ja Ja K hat hier die Aufrechnung erklärt Aufrechnungserklärung liegt vor Gut Haben wir eine Aufrechnungslage Was heißt Aufrechnungslage nochmal Gucken wir in 387 Ja Ja Es müssen gegeneinander gleichartige Leistungen geschuldet werden Was schuldete denn hier der K dem V Ja Ja Also der K schuldete dem V Kaufpreis 10.000 Euro Der V schuldete dem K Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro Das ist beides Geld Das ist gleichartig Gut Da haben wir Gleichartigkeit und Gegenseitigkeit Wie sieht das aus mit Fälligkeit und Erfüllbarkeit Wann ist so ein Kaufpreisanspruch fällig Wann ist der Anspruch auf Schadensersatz fällig und wann ist der Anspruch auf Kaufpreis erfüllbar Ist das so dass der Schadenserspruch erst nicht Feststellungsklage fällig wird Frage ich es immer so Steht das im BGB so irgendwo wird erst mit Feststellungsklage fällig So ist es Es wird beides sofort fällig nach 271 Das heißt der Schadenserspruch sobald der Schaden eingetreten ist Sobald Sie einen Schaden haben können Sie in der Sekunde Schadensers verlangen Sie können also direkt am Unfallort die Hand aufhalten und sagen Kech nehme ich an Ist legal Ist nicht verboten Wird nicht so laufen weil die halt alle versichert sind aber theoretisch würde das gehen Also das liegt auch vor Ja Damit haben wir eine Aufrechnungserklärung eine Aufrechnungslage Was brauchen wir noch Das hat die Kollegin eben völlig richtig gesagt worauf kommt es jetzt an auf welchen Paragrafen Den haben Sie alle wieder vergessen Ja jetzt kommt 393 Der sagt nämlich ein Aufrechnungsverbot Ja Liegen denn die Voraussetzungen von 393 BGB vor Ja 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 In der Tat 393 sagt der Schläger der vorsätzlich Schädigende darf nicht die Aufrechnung erklären Der Geschlagene darf dagegen problemlos aufrechnen Frage die wir uns jetzt auch stellen müssen müssen wir es vielleicht analog anwenden Was sagen Sie dazu? Was ist bei einer Analogie mit dem Wortlaut? Ich frage Sie mal nur so Wenn Sie jetzt analog anwenden wollten spielt der Wortlaut war das für Sie eine große Rolle? Also allgemein so Wenn Sie eine Analogie machen Wenn der Wortlaut das zulassen würde würden Sie eine analoge Anwendung machen? Nochmal Wenn der Wortlaut es zulassen würde würden Sie überhaupt eine Analogie machen können? Gibt es die Möglichkeit wenn der Wortlaut eine Norm A und B erlaubt zu sagen Für B gilt der analog Ich frage mal so rein inhaltlich Nein Nämlich was können Sie dann machen wenn der Wortlaut A und B erlaubt? Kann man direkt anwenden Das heißt eine Analogie kommt nur dann in Betracht wenn der Wortlaut es gerade nicht zulässt Das heißt Sie müssen sich was fragen bei einer analogen Anwendung Ja Ja Sie müssen also prüfen Ist es eine planwidige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage und eine vergleichbare Interessenlage und dazu müssen Sie sich welche Fragen stellen? Was der Sinn und Zweck von 393 BGB ist Und er sagt Der Sinn ist dass man keine Privatrache nehmen darf in dem Sinne wenn ich schon kein Geld kriege dann möchte ich zumindest Prügel verteilen Frage Ist dieser Schutzzweck hier berührt? In unserem konkreten Fall Wenn Sie sich jetzt die Geschichte angucken Was meinen Sie? Ja Ja Die Aussage ist Die Norm soll den K schützen Wenn der K aufrechnet wird ist er selber schuld Also ist hier die Aufrechnung möglich Die Norm erfasst nur dass der V nicht aufrechnen kann dass der K aufrechnen kann ist doch schön und gut Es gibt Leute die sehen das anders Können Sie sich vorstellen warum? Wenn Sie sich diesen Fall mal rein praktisch vorstellen So jetzt so aus Ihrer Lebenserfahrung Sie schulden jemandem Geld der kommt und verprügelt Sie Und dann sagen Sie Ach gut so Jetzt rechne ich mal auf Warum ist das vielleicht ein Problem? Ja Im Grunde ist er ja ohnehin in einer psychischen Zwangslage der sagt komm mehr Schläge oder rechne mal kurz auf Junge Können wir ja klären hier Also wenn er schon hier Schäden in Höhe von 10.000 Euro angerichtet hat dann muss der schon ziemlich übel zugerichtet gewesen sein kann ich Ihnen sagen Also da erklärt man lieber mal die Aufrechnung sonst wird schlimm enden Ja Also die Frage ist bei der Analogie Ist das planwidrig? Einerseits gibt es Leute die sagen gerade in diesen Schädensfällen soll ja der Geschädigte geschützt werden Er soll erstmal Geld kriegen und wenn er es dann ausgeben hat und nichts mehr zu holen ist hat er Glück gehabt Man soll sozusagen die Zwangslage komplett vermeiden Die anderen sagen der Gesetzgeber hat das bewusst da reingeschrieben Damit ist eine Analogie verboten Das ist also sozusagen nicht nur eine schlechte Formulierung sondern es ist einfach Absicht dass der andere aufrechnen können soll Dafür spricht dass immerhin der Kaja durchaus nicht aufrechnen muss Er kann ja anfechten wenn er unter Druck dazugesetzt wird oder ähnliches und insofern ist er nach dem BGB nicht schutzbedürftig Ja Jetzt kommen Sachen die Sie nicht so sehr interessieren Nämlich die Hinterlegung Die gucken wir uns ganz 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 kurz an 372 BGB Da gucken wir einmal rein und gucken dann direkt wieder weg 372 BGB sagt Wenn Sie jemandem Geld schulden und er das Geld partout nicht annehmen will dann können Sie zum Amtsgericht gehen und sagen so jetzt hinterlege ich das hier und wenn du es haben willst hol es dir ab ich bin raus Das sagt 372 Das dürfen Sie wenn Sie genau reingucken machen mit Geld Bargeld Euroscheinen Wertpapieren sprich Aktien und Hypothekenbriefen sowas Urkunden zum Beispiel Staatsexamensurkunde oder mit Kostbarkeiten Kostbarkeiten sind Schmuck Juwelen Krügerrandmünzen Blaue Mauritius Sachen die klein sind und einen enorm hohen Wert haben Alle anderen Sachen können Sie nicht hinterlegen Sie können keine Autos hinterlegen keine Plasmafernseher keine weiß ich nicht Computer keine Cola-Flaschen Ja Das können Sie auch nicht weil es bei Gericht keine Kühlräume gibt Wollen Sie das hinterlegen und dann verschimmeln lassen oder was Nein Das kann man nicht als Kostbarkeit definieren weil es nicht lagerungsfähig ist Es ist zwar klein und hat einen hohen Wert aber es ist nicht lagerfähig Es muss also auch langfristig haltbar sein Gold Dublonen können Sie nehmen weil die kann man halt nicht kaputt kriegen aber es muss auch sein was lange hält denn sonst können Sie auch irgendwelche Safran-Ladungen da einlagern oder sonst was es gibt ja viele Sachen die viel wert sind aber es darf kein Verfallsgut sein Außer unserem Fall des Annahmeverzuges gibt es noch zwei andere Varianten nämlich wenn Sie gar nicht wissen wer Ihr Gläubiger ist das kann passieren das kann passieren wenn irgendwie abgetreten worden ist und hier und da und irgendwie wissen nicht mehr wer da jetzt wer ist und Sie sagen ich habe keine Ahnung haben sich total bemüht herauszufinden wer es ist und können nicht erfüllen und die dritte Variante ist der Gläubiger hat ein praktisches Hindernis unbekannt verzogen Sie haben keine Ahnung wo der wohnt wie sollen Sie ihm was leisten wenn Sie nicht wissen wo dann dürfen Sie hinterlegen und sobald Sie hinterlegt haben und gesagt haben ich will es nicht mehr zurückhaben werden Sie so behandelt das hätten Sie erfüllt das steht in 378 BGB das ist also genauso wie unser 389 und unser 362 ein Erfüllungsgrund das müssen Sie nicht wissen weil das einfach völlig praktisch irrelevant ist das kommt nie vor ja das ist völlig absurd aber es gibt diese Möglichkeit jetzt was machen Sie mit dem Koperindfleisch dafür das BGB natürlich auch eine Regelung in 383 BGB das Koperindfleisch können Sie verkaufen und hinterlegen dann das Geld was Sie dafür bekommen haben das heißt das wird einfach versteigert toll das hier gucken wir uns noch an der Erlass das klingt so ein bisschen nach öffentlichem Recht so Erlass oder irgendwas Erlass 397 BGB wichtig ist das Wort durch Vertrag ja das Wort Vertrag ist das wichtige Wort dabei nur weil Sie sagen ich verzichte auf meine Schulden hat das im BGB keine Wirkung Sie können auf Ansprüche nicht verzichten das BGB sagt wenn Sie einen Anspruch loswerden wollen muss der Schuldner zustimmen Sie können nicht sagen du schuldest mir nichts mehr dann muss der andere sagen ja sonst war es das es müssen beide Parteien übereinstimmend sich einigen das ist ganz wichtig ansonsten müssen Sie noch kennen die sogenannte Erlassfalle das ist ein Fall den hat nicht nur der BGH gemacht sondern den haben auch Ihre Kommilitonen gelöst in der Law Clinic ein echter Klassiker könnte man sagen und dann sehen Sie mal wie schwierig sowas läuft Sie haben einen Urlaub gebucht auf den Malediven für 10.000 Euro all inclusive und es kommt wie es kommen muss Lebensmittelvergiftung Kakerlackenbefall Fluchüberbuchung Kläranlage Defekt ganz toll und Sie kriegen Schadensatz in Höhe von 4.500 Euro jetzt sagt der Reiseveranstalter oh das tut uns alles sehr leid wir schicken Ihnen einen Verrechnungscheck über 150 Euro und da gibt es ein Begleitschreiben und auch den Check steht drauf mit Einlösung des Checks ist die Angelegenheit für beide Seiten erledigt das machen die wirklich so die werden es kaum glauben deshalb geht jetzt unser R hin zur Sparkasse und löst seinen Verrechnungscheck über 150 Euro ein hat 150 Euro mehr auf dem Konto und wir fragen uns kann R von V nicht von L weiterhin Zahlung von 4.350 Euro aus 651 S Absatz 1 BGB verlangen unser Obersatz ist einfach R könnte gegen V einen Anspruch Aufzahlung von 4.150 Euro aus 651 F Absatz 1 BGB haben das setzt was voraus wenn Sie gucken was ist das wohl für ein Anspruch ja ich weiß Sie wollen alle unbedingt jetzt schon Feierabend machen aber gerade jetzt wo es spannend wird gerade im besten Moment des Tages hier noch sind Sie geistig fit ist ja nicht schwierig was brauchen Sie für 651 S wenn Sie das BGB lesen was steht da so drin ja nicht unbedingt Nichterfüllung also wir gucken der Reisende das heißt wir brauchen einen Reisevertrag haben wir einen Reisevertrag ja dann brauchen wir weiterhin Schadensersatz wegen Nichterfüllung es sei denn der Mangel der Reise das heißt wir brauchen einen Mangel der Reise war die Reise hier mangelhaft ja kriegt er dafür Schadensersatz ja 4500 Euro das heißt wir haben die Voraussetzung der Anspruch entstanden aber was könnte was könnte mit dem Anspruch passiert sein er könnte erfüllt worden sein was sagen Sie dazu ist es hier ein Fall von Erfüllung ja ist es ja der Anspruch ist nur in Höhe von 150 Euro erfüllt aber die haben wir hier schon abgezogen das heißt die prüfen wir gar nicht also die Frage ist wonach können diese 4.350 Euro untergegangen sein so ist es sie können untergegangen sein durch einen Verzicht mit Einlösung des Schecks wie nennt das BGB diesen Verzicht Erlass und was setzt ein Erlass voraus einen gegenseitigen Vertrag und ein Vertrag und was setzt einen Vertrag voraus zwei übereinstimmte Willenserklärungen wer hat hier eine Willenserklärung abgegeben auf jeden Fall der V der Reiseveranstalter hat eine Willenserklärung abgegeben wer müsste auch eine Willenserklärung abgegeben haben hat der R eine Willenserklärung abgegeben könnte man hier in der Einlösung Schecks sehen und dann könnte man hier den Zugang der Annahme nach 151 als unnötig deklarieren der V versichtliche Auslösung darauf und damit der Vertrag schon gekommen ja in der Tat hier V verzichte auf den Zugang der Annahme Frage ist nur können wir das Einlösen des Schecks als eine Annahme des Angebots auf Abschluss eines Erlassvertrages auslegen nach 133 157 das heißt wir müssen hier gucken wie ist das auszulegen was sagen sie dazu als alte BGB AT-Fachleute wie legen sie sowas aus wenn jemand so einen Scheck einlöst in der Tat wir müssen nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte auslegen 157 ein vernünftiger Mensch würde das hier aber nicht machen ein vernünftiger Mensch würde nie einen Deal abschließen tausche 4500 Euro gegen 150 Euro also meint er damit nicht ich will darauf verzichten sondern er meint nur ich nehme das schon mal als Anzahlung an er hat also das Angebot auf Abschluss eines Erlassvertrages nicht angenommen und damit ist hier kein wirksamer Erlassvertrag zustande bekommen damit ist der Anspruch auch nicht nach 397 BGB erloschen damit besteht der Anspruch in Höhe von 4350 Euro fort so damit sind wir auch mit diesem schwierigen Thema zu Ende und wir haben Donnerstag Feiertag Montag fällt aus das heißt wir sehen uns am Dienstag wieder aber machen Sie die Hausaufgabe vielen Dank wir sehen uns an wir sehen uns wir sehen uns in die sind wir sehen uns Vielen Dank.